Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Nothing kam vor zwei Jahren wortwörtlich aus dem Nichts. Letztes Jahr haben sie dann mit ihrem ersten Smartphone, dem Phone 1, aber gezeigt, dass sie es doch ziemlich ernst meint. Das Smartphone war keineswegs perfekt, es hob sich aber doch deutlich vom aktuellen Smartphone-Einheitsbrei ab und nachdem es etwas günstiger geworden ist, bot es meiner Meinung nach auch ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Nachfolger, dem Nothing Phone 2, möchte man nun aber ein Regal weiter oben angreifen. Design, Prozessor, Kamera, Akkulaufzeit, Display, das wurde auf dem Papier alles etwas bis merkbar verbessert, dafür ist es aber auch deutlich teurer geworden. Ich bin echt gespannt, ob diese Strategie aufgeht, ich konnte das Nothing Phone 2 mittlerweile zwei Wochen lang ausführlich testen und ob Ihnen das gelungen ist oder ob es nicht doch wieder ein paar Problemchen und bessere Alternativen gibt, das erfahrt ihr jetzt in meinem ausführlichen Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Auf den ersten Blick hat sich in Sachen Größe nicht wirklich viel getan. Das Phone 2 ist etwas länger, minimal dünner und ziemlich genau 7 Gramm schwerer als der Vorgänger. Trotzdem habe ich persönlich es etwas lieber in der Hand. Durch den dünneren Rahmen und die abgerundete Rückseite fühlt es sich nämlich nicht mehr ganz so kantig an wie der Vorgänger. Ich bin froh, dass Nothing sich hier zumindest etwas vom klassischen iPhone-Design verabschiedet hat. Das ist durchaus eine gelungene Änderung, die im Alltag auffällt. Das sollte aber alles nicht drüber hinwegtäuschen, dass das Phone 2 ein ziemlich großes Smartphone ist. Eine Einhandbedienung ist in vielen Situationen nicht mehr problemlos möglich und ich persönlich hätte mir eher gewünscht, dass man bei 6,5 Zoll geblieben wäre und das Gerät entsprechend halt noch handlicher gemacht hätte. Stattdessen bekommt ihr beim Phone 2 nun ein 6,7 Zoll großes OLED-Display. Es löst nach wie vor mit Full HD Plus auf und unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Nun allerdings auf LTPO-Basis, also variabel bis runter auf 1 Hz. Die Displayränder sind tatsächlich minimal dünner als beim Vorgänger und wieder mehr oder weniger symmetrisch. Das sieht, wie ich finde, echt gelungen aus und zeigt mal wieder, wie viel Wert Nothing auf Details legt. Das Punchhole mit der neuen 32 Megapixel Frontkamera sitzt nun mittig und nicht mehr links. Das verstärkt diesen symmetrischen Look und ist ebenfalls eine kleine, aber feine Änderung. Wenn man hier was monieren möchte, dann vielleicht, dass das Display nur in Anführungszeichen von Gorilla Glass 5 und nicht von Gorilla Glass Victus geschützt wird, aber das ist am Ende auch irgendwo eine Glaubensfrage. Ein optischer In-Display-Fingerabdrucksensor ist ebenfalls wieder mit dabei. Er ist nicht der allerschnellste und für meinen Geschmack etwas zu weit unten platziert. Dafür reagiert er aber überwiegend zuverlässig. Beim Rahmen setzt Nothing wieder auf mattes Aluminium. Er fühlt sich super angenehm und hochwertig an. Die Tasten für lauter und leiser auf der linken Seite sind im Vergleich zum Vorgänger nun etwas weiter unten. Da kommt man jetzt noch besser ran. Der Power-Button auf der rechten Seite hingegen bleibt mehr oder weniger unverändert. Alle Tasten sind super verarbeitet und haben einen hervorragenden Druckpunkt. Auf der Oberseite findet ihr nun ein erstes Mikrofon und auf der Unterseite dann nebeneinander den Einschub für die Micro-SIM, ein weiteres Mikrofon, den USB-C 2.0-Port, sowie den ersten von zwei Lautsprechern. Der zweite wurde in die Hörmuschel integriert. Sie klingen nochmal hörbar besser als beim Phone One. Sie werden lauter und liefern einen noch kräftigeren Klang. Es ist insgesamt echt super. Der wahlweise 128, 256 oder 512 GB große Internet-Speicher kann natürlich nicht erweitert werden. Und dass man hier noch auf USB-C 2.0 setzt, finde ich bei einer UVP von mindestens 649 Euro nicht mehr wirklich angemessen. Zusammen mit der Tatsache, dass das Phone 2 nur spritzwassergeschützt ist, tatsächlich mein größter Kritikpunkt an der Ausstattung. Machen wir mit dem Alleinstellungsmerkmal dieses Smartphones weiter, der Rückseite. Nothing bleibt sich treu und hat sein transparentes Design nur leicht überarbeitet. Neben schwarz und weiß gibt es nun noch eine dritte, graue Farbe, die ich persönlich ziemlich gelungen finde, weil sie auch relativ unanfällig gegenüber Fingerabdrücken ist. Ansonsten muss man die Neuerungen aber wirklich suchen. Wie gesagt, die Rückseite ist nun zu den Seiten hin abgerundet. Das sieht man kaum. Es macht das Phone 2 aber eine ganze Ecke ergonomischer. Dass die rote Video-LED nun ein Strich statt eines Punktes ist oder der Bereich um die Kameralinsen schwarz statt silber, sind wirklich nur kleine Details. Viel eher fällt da auf, dass das Phone 2 noch hellere LEDs integriert hat, die ihre Helligkeit nun automatisch anpassen und in mehrere Bereiche unterteilt sind. Die Glyph eignet sich nun noch viel besser als Taschenlampe. Die neue Timer-Funktion habe ich tatsächlich überraschend häufig genutzt. Und dass man nun einzelnen Benachrichtigungen, spezielle Teile der Glyph zuordnen kann, habe ich mir ja letztes Jahr schon gewünscht. Die Glyph kann nun theoretisch sogar visualisieren, wie lange man noch auf seinen Uber warten muss und mit dem Composer kann man ganz eigene Sound- und Lichteffekte kreieren. Also man kann Nothing definitiv nicht vorwerfen, dass sie die Glyph oder die Funktion nicht weiterentwickelt hätten, dass sie sich nicht super viele Gedanken drüber machen würden, wie man dieses außergewöhnliche Design auch tatsächlich mit einem Mehrwert im Alltag verbinden könnte. Und wie gesagt, einige dieser Glyph-Funktionen finde ich persönlich auch ganz nützlich, aber ein Großteil ist und bleibt meiner Meinung nach halt und das ist jetzt komplett subjektiv eine Spielerei. Ich finde es auch nicht so cool, dass ich das Smartphone dafür halt wirklich immer mit dem Display nach unten irgendwo hinlegen muss. In der Hosentasche zum Beispiel habe ich davon überhaupt keinen Vorteil. Wenn ich es mal vergesse, wenn ich es andersrum hinlege, auch nicht. Da ist so ein klassisches Always-On-Display für mich persönlich halt nach wie vor irgendwie im Alltag praktikabler, wenn auch natürlich nicht ganz so fancy. Also am Ende ist und bleibt das so ein bisschen typabhängig. Ihr müsst halt für euch entscheiden, wie cool ihr das Ganze findet, ob ihr euch wirklich vorstellen könntet, das Ganze aktiv und häufig im Alltag zu nutzen. Dann ist das definitiv ein Mehrwert für euch und nicht nur eine Spielerei. Aber ich glaube halt für sehr, sehr viele da draußen ist und bleibt das halt am Ende ein cooles, außergewöhnliches Design, das aber halt im Alltag keinen allzu großen Mehrwert liefert. Und das ist ja auch okay. Wie gesagt, am Ende komplett typabhängig. Ansonsten setzt Nothing wieder auf eine Dual-Kamera. Die 50 Megapixel Hauptkamera wird von einer 50 Megapixel Weitwinkelkamera unterstützt. Zur Bildqualität gleich noch mehr. Die Kameras tragen sichtbar aus dem Gehäuse hervor und bei der Bedienung auf einem Tisch liegend wackelt auch das Phone 2 leicht. Die restlichen technischen Daten sind dann schnell zusammengefasst. Es kommt mit Android 13 und Nothing OS 2.0. Als Prozessor kommt diesmal der Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa-Core zum Einsatz. Dazu gibt es je nach Speicherversion 8 oder 12 GB RAM. Softwaretechnisch hat sich in den letzten 12 Monaten bei Nothing auch unglaublich viel getan. Die UI gehört mittlerweile zu meinen absoluten Favoriten. Nothing OS 2.0 ist unglaublich clean, durchdacht, aufgeräumt und dabei auch nicht zu weit von Stock Android entfernt. Es ist nahezu keine Bloatware vorinstalliert und alle für mich wichtigen Funktionen wie eine Gestensteuerung oder ein mittlerweile ziemlich brauchbares Always-On-Display gibt es natürlich auch. Der Lockscreen kann nun mit Schnellzugriffen oder Widgets personalisiert werden, was teilweise echt nützlich ist und auch das neue Monochrome-Theme finde ich prinzipiell gelungen. Einige App-Icons sind aber nicht oder noch nicht angepasst. Deshalb würde ich es persönlich noch nicht unbedingt im Alltag nutzen wollen. Nothing verspricht 3 große Android-Versions-Updates und 4 Jahre Sicherheits-Updates, die im 2-Monatstakt kommen sollen. Das ist natürlich nicht auf Google- oder Samsung-Niveau, aber eben trotzdem besser als der Rest. Und man weiß hier zumindest, wann man mit den Patches rechnen kann. Für so ein junges Startup ist es in meinen Augen absolut okay. Extrem gespannt war ich natürlich auch auf die Performance. Beim Phone 1 war die zu Beginn nicht unbedingt die beste, wurde aber von Update zu Update besser. Nun, das Phone 2 spielt hier in einer ganz anderen Liga. Es fliegt durch alltägliche Dinge, wie das Starten und Schließen von Apps und Rückler oder Verzögerungen hatte ich so gut wie nie. Im Vergleich zum Phone 1, damals zum Marktstart, ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und das beste Beispiel dafür, dass so ein High-End-Prozessor halt doch Sinn macht. Auch mit aktuellen Spielen oder generell aufwendigeren Dingen hat das Phone 2 überhaupt keine Probleme und überzeugt auf ganzer Linie. Dabei wird es auch nicht überdurchschnittlich heiß. Man kann jetzt natürlich einen Snapdragon 8 Gen 2 fordern, aber ganz ehrlich, für die Preisklasse ist der 8 Plus Gen 1 genau die richtige Wahl. Der Mehrwert des Gen 2 hätte sich im Alltag eh in Grenzen gehalten und den Preis nur noch weiter nach oben getrieben. Ähnlich groß sind die Verbesserungen beim Display. Nicht unbedingt was die Schärfe angeht, aber die war ja schon beim Vorgänger ausreichend. Farbwiedergabe und Farbechtheit sind ebenfalls auf einem wirklich ordentlichen Niveau. Ich mag wie Nothing das Display kalibriert, es ist eine gute Balance aus hohen Kontrastwerten, satten Farben und trotzdem noch ausreichend Realitätstreue. Die größten Verbesserungen gibt es aber in Sachen Helligkeit. Laut den Kollegen, die das nachmessen können, ist das Display des Phone 2 in der Spitze nochmal knapp 400 Candela heller als das des Vorgängers. Beim Phone 1 hatte ich an sonnigeren Tagen ab und an wirklich Probleme mit der Ablesbarkeit, beim Phone 2 gibt es die nicht mehr. Klar, aktuelle Flaggschiffe werden noch etwas heller, aber für die Preisklasse, in der das Phone 2 spielt, ist das ein hervorragender Wert. Und damit kommen wir endlich zur Kamera. Das war ja letztes Jahr einer der wenigen Punkte, wo ich noch viel Luft nach oben gesehen habe. Der Sensor war gut, die Software aber eher weniger. Auch hier gibt es glücklicherweise einige Verbesserungen. Die Hauptkamera macht scharfe, detailreiche und erstaunlich farbechte Bilder bei guten Lichtbedingungen. Ich war hier echt erstaunt, wie gut das Phone 2 die Farbwiedergabe meist trifft. Auch der Dynamikumfang wurde sichtbar verbessert, das ist dem Preis durchaus angemessen, würde ich jetzt mal sagen. Das setzt sich auch bei weniger Licht fort. Die Lowlight Performance ist zwar nicht auf Pixel 7a oder gar Pixel 7 Niveau, aber sichtbar besser als beim Vorgänger. Das Phone 2 macht selbst bei schwierigen Lichtbedingungen meist noch brauchbare Aufnahmen. Ich war hier insgesamt echt positiv überrascht. Auch die Videoqualität kann sich durchaus sehen lassen. Ich sehe Samsung oder Google zwar vor allem in Sachen Stabilisierung und Audio immer noch vorne, aber auch das Nothing Phone 2 macht durchaus brauchbare Videos. Die Weitwinkelkamera profitiert auch etwas vom neuen Prozessor, aber es ist und bleibt halt der gleiche Sensor wie beim Vorgänger. Positiv ist, dass die Aufnahmen wirklich sehr weitwinkelig werden. Bei guten Lichtbedingungen kann man durchaus gute Aufnahmen machen. Aber schon bei etwas weniger Licht wird der Sensor schnell unbrauchbar und die Makrofunktion ist einfalls Durchschnitt. Die Summfähigkeiten sind sehr beschränkt. Alles, was über 2- bis 3-fache Vergrößkungen hinausgeht, kann man im Prinzip vergessen. Das habe ich für den Preis bei der Konkurrenz auch schon besser gesehen. Bleibt am Ende noch die Frontkamera. Auch hier sehe ich Verbesserungen, vor allem bei der Wiedergabe von Gesichtsfarben und der Bildschärfe. Das ist insgesamt echt ordentlich, da habe ich nicht viel zu meckern. Empfang und Sprachqualität sind ebenfalls absolut im soliden Mittelfeld. Der Vibrationsmotor wurde im Vergleich zum Vorgänger sogar etwas verbessert. Gespannt war ich auch auf die Akkulaufzeit. Mit 4700 mAh ist der Akku jetzt nicht besonders groß, aber die Kombi aus effizientem Prozessor, Display und perfekt angepasster Software ergänzen sich perfekt. Ich schaffe mit aktivierten 120 Hz um die 7 Stunden Display-On-Time und komme damit problemlos, selbst durch längere Tage. Das finde ich absolut in Ordnung. Fast Charging wird mit bis zu 45 Watt unterstützt. Mit dem separat erhältlichen Netzteil ist der Akku in knapp über 60 Minuten komplett vollgeladen. Das ist auch okay. Wireless Charging und sogar Reverse Wireless Charging werden ebenfalls unterstützt. Ja, das ist das Nothing Phone 2. Ganz ehrlich, ich war im Vorfeld doch etwas skeptisch, was dieses Smartphone hier angeht, weil ich persönlich so die Befürchtung hatte, dass es kaum nennenswerte Verbessungen geben würde, sie die Preise aber halt trotzdem deutlich erhöhen würden. Die Preise wurden jetzt auch deutlich erhöht, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Phone 2 in quasi jeder Hinsicht etwas bis merkbar besser ist als der Vorgänger. Das Design würde ich jetzt als noch ausgereifter bezeichnen, das ist aber trotzdem nach wie vor super einzigartig und hochwertig. Display, Performance, Kamera, Akkulaufzeit, das ist alles merkbar bis zumindest etwas besser als beim Vorgänger. Dazu kommt die cleane Software und der ordentliche Update-Support. Also das ist wirklich ein ordentliches Gesamtpaket. Es stellt sich halt jetzt natürlich die Frage, ob das alles tatsächlich 650 Euro wert ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Also von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kann hier auf jeden Fall nicht oder nicht mehr die Rede sein. Ich persönlich hätte da deutlich lieber 600 oder 550 Euro gesehen. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich finde diese Glyph, dieses Design, alles drumherum super cool, ich kann mir vorstellen, das im Alltag zu nutzen, dann kann man hier auch für 650 Euro auf jeden Fall zugreifen. Ich lese hier häufiger den Vergleich mit dem Samsung Galaxy S23. Das liegt natürlich nahe, weil das mittlerweile in einem ähnlichen Preisbereich unterwegs ist, eine bessere Kamera hat und noch mehr Premium-Features. Aber ganz ehrlich, ich finde, der Vergleich hinkt etwas, weil das S23 ist deutlich kleiner, hat einen ganz anderen Formfaktor, hat eine schlechtere Akkulaufzeit. Wenn, dann sollte man das Gerät hier eher mit dem S23 Plus vergleichen und das ist halt nach wie vor deutlich teurer. Der schärfste Konkurrent ist meiner Meinung nach da eher das Google Pixel 7. Das ist mittlerweile sogar etwas günstiger erhältlich, hat auch eine bessere Kamera, noch mehr Premium-Features, einen noch besseren Update-Support. Da hat das Phone 2 im direkten Vergleich aber auch seine Vorteile. Das muss man so auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe hier halt einfach die Hoffnung, dass in zwei, drei Monaten, ähnlich wie beim Phone 1, spätestens dann halt vielleicht zum Black Friday eine Preisanpassung stattfinden wird oder der Preis halt natürlich sinkt, dann wird es richtig interessant und dann kann man hier auf jeden Fall zugreifen. Ich persönlich bin auf jeden Fall Nothing sehr, sehr dankbar, dass die vor zwei Jahren quasi aus dem Nix gekommen sind. Ich finde es absolut beeindruckend, wie sehr sie sich innerhalb des letzten Jahres wirklich weiterentwickelt haben, weil man muss ja sehen, das ist erst das zweite Smartphone von denen überhaupt und ich hoffe wirklich, dass sie so weitermachen. Ich hoffe wirklich und jetzt entschuldige ich die Wortwahl, dass sie es nicht irgendwie versauen und jetzt zwei, drei, vier neue Geräte jedes Jahr auf den Markt bringen, die sich irgendwie kaum unterscheiden, trotzdem irgendwie teurer werden. Bitte, bitte macht das nicht. Aber aktuell habe ich da auf jeden Fall wieder ein besseres Gefühl. So, ihr seht hier jetzt mein typisches Roundup eingeblendet mit den Pro-Punkten, mit den Kontra-Punkten. Sind wir ja im Laufe des Videos durchgegangen, ist eigentlich selbst erklären. Denn was hier nicht steht, sind wie immer die neutralen Punkte. Da ordne ich jetzt auch die Kamera ein. Ich weiß, einige Kollegen haben die sogar zu Kontra gezählt. Das würde ich jetzt aber auf keinen Fall sagen. Dafür ist sie schon in Ordnung genug. Was ich nur kritisieren würde, ist halt die fehlende Telesum-Linse. Aber das habe ich ja auch geschrieben. Das Gleiche gilt auch fürs Thema Fast Charging. Das ist jetzt nicht super schnell, ist halt einfach neutral. Auch der Fingerabdrucksensor, der ist absolut okay, wenn ich auch die Platzierung nicht optimal finde. Aber er ist halt weder Pro noch Kontra. Und auch den Preis würde ich dieses Jahr auf keinen Fall mehr zu den Pro-Punkten zählen. Aber auch nicht wirklich zu den Kontra-Punkten. Er ist schon in Ordnung, ist ein okayes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb, ja, habe ich den eben auch zu neutral geschrieben. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.